Die erste Hochstadt von Thailand, Nordrück von Bangkok, über 350 Kilometern. Die erste Hochstadt Ruin. Und die zweite, Ayub, 80 Kilometer weit weg von hier. Weiß ich schon, ne? Ja, auch Ruin am Morgen. Wir sind mit Polizien. Die ganze Stadt haben wir neu resumiert und neu gebaut. Die erste Hochstadt, die erste Hochstadt. 1, 2, 3, 4